Das Baby von Pia Tillmann und Ziko Banach ist da. Am 21. März um 8.38 Uhr ist es soweit. Der Nachwuchs der Köln 50667-Darsteller erblickt das Licht der Welt. Im Netz teilt der einstige die Bachelorette-Teilnehmer einen Einblick in den Tag der Geburt. Gestern Morgen um 7 Uhr. Aufgeregt des Todes und jetzt einfach nur überglücklich, dass es beiden gut geht. Auch die frisch gebackene Zweifach-Mama veröffentlicht Erinnerungen aus den Stunden vor der Entbindung. Während sie einen Film von Emotionen durchlebt, kann sie es kaum erwarten, dass der kleine Mann schon bald kommen wird. Auf dem Weg ins Krankenhaus sind beide voller Vorfreude. On the way. Wenn ihr das hier seht, dann sind wir auf jeden Fall einer mehr. Ei, ei, ei. Für Pia und Ziko beginnt nun die aufregende Zeit mit ihrem kleinen Jungen.